Willkommen zurück bei Left 4 Dead mit Rob124N und DoomGamer97. So, wir sind immer noch in dem Kapitel Todeszone in der vorletzten Map. Und joa, wir starten mal. Man sieht schon, ich hab ein bisschen grafisch zugelegt. Die Auflösung ist ein bisschen besser bei mir. Ja, ich hab auch ein bisschen zugelegt. Wo sind wir hier nur gelandet? Und der eine Typ hier ist anscheinend abgehauen. Diese Memme. Diese Memme, genau. So. Dann wollen wir mal starten. Oh, die sieht komisch aus. Ja, jetzt hab ich sie schon erschossen. Wir können die ja immer irgendwie ein bisschen quälen. Boah. Hier ist so ein Feuerkanister. Was, ich seh hier schon Feuer? Ja, ja, das muss so sein. So. Die regnen in den Tod rein. So, ja, hat Boomer getötet. Und Smoker, Achtung. Und Witch. Irgendwo eine Witch. Und ein Smoker. Ich glaub, die liegt hier irgendwo drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, hier drin liegt sie nicht. Aber hier ist ein Smoker in der Nähe. Der hat mich. Hier. Oh, jetzt greife ich dich auch noch. Sorry. Ah ja, und ich bin immer noch auf Wort geschritten. Da liegt sie. Aber der Hunter greift die Witch an. Und jetzt hab ich sie aufgeschrägt. Willst du mich verarschen? Ist ja geil. Ist ja geil. Der Hunter hat die Witch angegriffen. Und deswegen ist sie aufgeschreckt. Und mir wurde die Schuld in die Schuhe geschoben. Das ist ja... Wahrscheinlich, weil du am nächsten dran warst. Ja, vielleicht. Aber trotzdem, das ist unnobisch. Und dann denken die sich, ja, warum kann's nicht gleich dein Robin sein? Echt? Die haben sich dann gesagt, ach komm, nehmen wir mal den Profi da, den wir attackieren. Hier ist ein Boomer. Ja, er hat's nicht gehabt. Ja, äh... Der hat's geregelt. Okay, es ist eine nette Kehrin. Und ich mit einer Handkern herum. Auf, nicht gibt's demnächst mal Munition. Hast du keine mehr, oder was? Wie schaff ich jetzt nur immer, ich hab noch voll. Ja, du zockst ja mit der Handkern den ganzen Zeitpunkt. So, aber bei mir ist es so, dass ich, ähm, auch auf die Witch richtig down habe. Boah. Alter. Boah, Hilfe. Incoming. Hier, ich werf... Ich werf Molly einfach hier mal rein, ey. Hier sind noch Tabletten für dich, ne? Ja, ich bin vielleicht down. Ja, ich bin down. Komm mal her. Hunter. Boah, das ist hier alles so irre führend. Ach, so, und da kommt wieder so ein Schlampe angerannt. Der ist warm. So. Da muss rein in die Tür. Ach, da. Ja, ich guck erstmal hier rein. Oh, heim mich doch. Geil. Danke, Zoe. Das dauert nur eine Sekunde. Vielen Dank, du bist bei mir. Ich sag schon, Zoe. So. Munition wäre jetzt, äh, gar nicht so schlecht. Und hier sind Tabletten, ja, so wie du sagtest. Oh, hier kommen wir auch noch lang? Also komm, irgendwas muss ab Munition sein. Das nöblich ans, äh, merci hoff, bitte. Die da rum so ein bisschen. Ja. Auf den Dachboden, ne? Und will er halten. Wo hat der Diefdach sich hier? Ja. Wer ist das denn? Ach, ich dachte gerade, das wäre irgendwie eine menschliche Person hier, weil sie im Licht stammt, alter. Okay, hier ist, oh, davon ist der Smoker. Smoker, 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 Smoker. Und irgendwo ist der Boomer. Ich glaube hier, ich tendiere hier, zack. Und da ist noch ein Smoker, glaube ich, links. Boah. Alter, hier muss ja irgendwo Munition rumliegen. So, dies tot. So. Das war ein Headshot, ey. Da oben steht auch noch, oh, da oben sind welche. Hm, so. Achso, die sind mal jetzt Zombies. Ja. Incoming, geil. Ja, ich kann dir kaum helfen. Ich muss mir erst mal selbst helfen. Alter, diese Zombies sind recht. So. Jetzt wäre nett, wenn einer... Du hast, ähm, nach da oben anscheinend, du hast immer so viel Munition, weil du wirklich nie auf einen Zombie irgendwie schießt. Ich habe ja mal in deinem Part gesehen, du schießt da ja kaum irgendwie Zombies. Das wird der Grund sein. Ich schieß meist mit der Handgun, also von daher. Ja. Das sehen wir ja immer am Abschluss, wenn ich am meisten habe. Hä, warum springst du denn runter? Oh, ich werde geheilt. Das ist ja gut. Ah, Mann. Der Luxus hier. Na, weißt du was? Ich heile mich auch mal. Ich muss mich verarzten. So, ich hoffe, hier liegt irgendwo mal Munition rum. Vielleicht hier im Badezimmer. Leider nicht. Vielleicht eine Pipe. Auch nicht. Hm, schade. Ich höre irgendwas. Alter, erstmal die Computer kaputt machen. Oh, Tank. Ich glaube es nicht. Da ist er, ich sehe ihn. Ja. Und ich habe keine Munition und so hier hat die Tür zugemacht, damit du schläfst irgendwie. Scheiße, ich brauche Munition. Ich weiß nicht, wo hier Munition rumliegen könnte. Da. Unten. Ich gehe jetzt schnell hier nach unten. Oh, oh. Ich bin mal drauf. Oh, yeah. Alter, der Tank hat mich irgendwie getroffen. Da ist der Geier wie. Irgendwie komme ich hier nicht durch das Fremster. Oh, Alter. Nein, die ist nicht ganz so. Nein, nicht wie gleich der ist. Das Problem ist, ich musste, wie gesagt, runterspünden. Zoe, die ich da wohne. Na, warte, ich nehme mal kurz. Oh, der Tank. Ich nehme mal kurz Tabletten. Scheiße, Zoe und Bill sind weg. Scheiße, wir sind auch hier beide da, ey. Fuck. Der sieht nicht gut aus. Und er kommt auf mich gerade. Nicht so verbunden, du schießt mich gleich mit. Ich habe dann den Tank gut gebraucht. Aber wie gesagt, scheiß Zombie, ey. Wie gesagt. Und der ist gleich down. Ja. Kannst du mich heilen? Schnell. Kannst du mich irgendwie heilen? Ich habe keine Tabletten mehr. Ich habe gar nichts mehr. Thank you. Thank you very much. Ich glaube, mein Heftag habe ich ja schon aufgebraucht. Kurz bevor der Tank hat. Ah, hier sind Tabletten. Hier, nimm, 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 nimm. Brauche ich auch wohl. Boah, Alter. Ah, jetzt kommt auch noch ein Event. Ich glaube es nicht. Ich gehe mal hier rein. Willst du auslösen? Ja, ich löse mal aus. Ich gehe da mal sofort hoch. Und vielleicht ist es da von... Da steht es besser oder so. Okay, dann gehe ich auch mal mit. Oh, oh. Wir müssen immer zusammenbleiben. Okay. Jetzt kommen wir auch von hinten, ey. Ich glaube es nicht. Ich hoffe, du gehst nicht down. Dann sind wir nämlich wirklich am Arsch. Oder ich down gehe. Das ist... Ich gehe jetzt nicht am Boden. Ja, das war es. Das können wir nicht schaffen. Komm, nimm die Tablette hin. So, 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 so. Komm, komm, komm. Ah, nee. Das wird nichts. Jetzt ist ja auch noch ein Hunter und... Ich bin tot. Du bist tot. Und ich bin außer Gefecht gesetzt worden. Scheiße. Ist natürlich doof. Naja, gut. Dann machen wir im nächsten Part eben... Versuchen wir es nochmal irgendwie hinzubekommen. Und der Part ist jetzt beendet. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann.